Das Warten hat endlich ein Ende. Bald startet die 16. Staffel von Die Wollnis, eine schrecklich große Familie. Doch gleich zu Beginn gibt es Stress bei der beliebten Großfamilie. In den neuen Folgen macht die Hitzewelle in der Türkei Silvia, 59, und ihren Kindern zu schaffen. Als dann auch noch der Strom inklusive Klimaanlagen ausfallen, dreht die Familie am Rad. Wenig später geht es zurück ins kalte Deutschland. Doch dort warten schon die nächsten Herausforderungen. Die Familie plant mehrere Feiern gleichzeitig. Hobangel soll mit Aurelio, Eins, und Lavinia's Kindern getauft werden. Die Vierfachtaufe muss dementsprechend gut vorbereitet werden. Doch dann kommt es zum heftigen Streit zwischen den Schwestern. Wäre das nicht genug, planen Lavinia, 24, und Tim, 25, parallel ihre standesamtliche Hochzeit. Bereits im November soll die große Feier stattfinden. Doch bisher herrscht nur Chaos. Werden sie rechtzeitig mit allem fertig? Oder muss die Hochzeit verschoben werden? All das erfahrt ihr ab dem 6. März um 20.15 Uhr bei RTL 2. Zwei Mai. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.